Hallo und herzlich willkommen zurück bei GameRange, liebe Zuschauer. Und hiermit wieder dabei Okan, der Play Gangster. Und nehmen mir mit dabei, Exel. Du Penner. Ich habe noch keine Glatze. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben noch 3 mm Schnee. Worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Hast du Probleme? Jetzt sagt Oka, er hat schon gerade geweint. Falls ich komisch klinge, liegt das am Essen. Und ich muss mir hier dieses Horrorspiel geben. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gleichzeitig die Haare flächeln. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Ich bin so. Was? Kuckuckuck. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Hallo? Oh? Es gibt keinen Ausweg. Kuckuck. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe. Du machst mich nervös. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Der heißt einfach Axel. Axel. Ich dachte gerade an denen von... Mit, mit, mit Eddie... Was ist Eddie Murphy? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe sie nicht auf Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte ist ihre Begehrt. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Okay. Wie meinst du Axel, Eddie Murphy? Ähm, in dem Quiletail-Film. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ach so, Diamond Cops oder so, gell? Meinst du den Film, oder? Nein. Ähm. Sie leben hier? Wer will die Hilfkopf? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Nimm alles mit. Alles. Nimmst du gar nichts? Oder deine Schuhe? Für mich farschen. Wir fangen schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben. Taschenlampe? Ich bin schnack. Nehmen Sie genug Batterien mit. Wo ist die Taschenlampe? Ach da. Alter, wie siehst du die einfach? Das hat doch gerade aufgeblickt. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ach was? Wir würden das Disco machen. Alter, aber kannst du die Taschenlampe schon machen? Was kommt's? Und dann Taschenlampe auswählen, oder? Also können wir nicht auswählen. Leil. Batterie. Taschenlampe ist leer. Guck unten. Ich drück drauf. Siehst du, es blinkt. Hm. Vielleicht wird es noch gekleert. Sechso. Wenn nicht Pächter. Nee, nichts Pächter. Wo ist die Batterie? Hat man mitgenommen. Geil wo, guck. Das geht nicht. Du hast mitgenommen. Und ich war da oben drauf. Okay, warte mal. Mütig mit. Du kannst da links nichts drücken. Ey, was ein Scheiß? Das geht jetzt irgendwie in eine andere Taste. Ja, ja. Ja. Nein, nein, nein. Wii U. Du hast dir fast Leben gegeben, du Kartoffel. Alter, das gibt's doch nicht. Guck mal eine andere Taste. Ich guck jetzt. Versuchte ich nur einen Grund, um nicht zu spielen, ey. Tupeln. Da unten liegt so dieser Knopf. Da genau. Wenn du da drückst, geht's runter. Spielen. Warte mal, warte mal. Taschenlappe. Nein, da steht die Taschenlappe auswählen. Mehr aber auch nicht. Das ist ja scheiße. Hm, vielleicht hast du es doch nicht mitgenommen. Oder zwar gerade so verbackt. Du hast du quasi mitgenommen, aber es zählt nicht als mitgenommen. Das ist ja scheiße, ey. Ah, da, Batsaki. Hä? Gesagt doch. Ich schworre schon auf die Batsaki gerade auf. Du bist erfaltend, du Schmock. Wenn du hältst, dann näht der auf. Ach so. Scheiße. Wo bist du denn lang? Exel. Riech mal in so einer Achse, dann weißt du es. Weißt du nicht damit drungen, Junge? Ich meine Bakterie. Du siehst doch alles. Seht gar nichts. Wenn die Zuschauer nichts sehen, haben die Pech. So ein Bildschirm heller machen. Alter. Wie ist es? Ich bin einfach durch, weil ich war voll Schiss, Alter. Pussi, ey. Das ist doch mehr Batterie. Ich muss ja im Bruder. Alter. Dein Bruder hat so viel Angst. Wo müssen wir hin? Hallo. Das ist doch mehr Batterie. Dann ist doch mehr Batterie, ey. Komm mal Tapp. Tapp. Doppeltweil in Tapp. Ja, schuldigung. Da, du musst links lang. Da hat doch ein Link. Guck. Mach da. Der hat jetzt auch Ausrufezeichen links, siehst du. Oder? Wir sind doch gerade vorne gekommen. Finden Sie den Schachteingang. Achso. Ja, da bist du auch schon dreimal vorbeigegangt. Wo? Hier ist alles zu. Hier, der hier. Hier. Nein. Axel, ist es der hier? Ja. Ja, ich komme ja schon. Ja, komm, komm. Lass mich schon dunkel alleine. Und er sieht einfach alles. Hey, Tchigo. Oh, der läuft noch. Ja, Mann. Ich wusste, dass ihr hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Wo? Hohe. Ich habe was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Scheiße. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Nicht, dass der Sauere. Wie geht es dir? Alles klar? Folgen Sie mir. So, was ist passiert? Werden Sie kurz das Essen holen mal? Ist alles ruhig. Wir haben vor uns ein paar Feige gehabt. Warum stört Axel so? Weil er mich gesehen hat. Ein Robbe. Dein fetter Bauch, oder was? Mein Sixpack. Ja, dein Speckback. Onepack. Ein großer Onepack. Wo sind die denn? Nein, die sehen uns nicht. Ihr da jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich? Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, der war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen hier auf. Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Und helfen, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn... Was war das denn? Ach du Schuss. Der Generator ist abgestellt. Hast du dich selber ausgepraltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Was ist ein Cheetah? Oh Cheetah. Es ist nur Oka. Oka nennt der Holz. Willkommen zu meinem Hut. Um zu viel lang. What's up, man? Wo ist Exel? Ui, yo. Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre sie aber hier auch. Ja, dann. Folgen Sie mir. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Ach wirklich. Ich hätte das denn gedacht. Ach so. Ich dachte, sie wären hinter uns. Wo sind die ja? Mal speichern. Was? Auf was wartet der? Auf dich? Komm schon. Hat der doch Angst. Wo ist der? Sagt der, der Angst hat? Wo bist du denn? Hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Müsli, Wasser, Playboy Heft. Hm, lecker. Playboy Heft schmeckt bestimmt sehr lecker. Ja, ja, egal. Strom wird hergestellt. Er ist aus. Scheißkerl haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Okay. 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 Und drei ist schon seit 10 Minuten zu Ende, ey. Axel, hinter Ihnen. Was? Alter. Axel. Arschloch. Komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich lösen. Boah, ey, ey. Oha. Kein Blut, ey, ey, ey. Tja. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Du bist ein Sackgesichter. Ich bin eine Frau, Alter. Das ist wieder von mir. Ach, wirklich? Jetzt kommt das Monster, oder? Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Das Al-Qaida. Scheiße. Was ist das denn? Ich hör mal. Oha. Oha. Man, oh Kahn. Du warst doch nur Scheiße, ey. Was hast du denn gemacht, ey? Was? Was zur Hölle war das? Nur weil du eifelstisch auf die Frau bist. Ach du Scheiße, ey. Wir müssen weiter. Das hat doch gar kein Bier, oder? Was ist das denn? Ich. GG. Wieder mal gut übersetzt, ey. Wir springen mal wieder kurz wieder mal in den Teller weg. Ey, lass mich gar nicht alleine. Scheiße. War ein Kalt, der ist ein bisschen verdorben. Das ist auch sauerer Winter. Hande, Mist. War alles ruhig, Leute. War alles ruhig, Leute. War überhaupt noch was? Wui, wui, wui. Shit. Komm, komm, komm. Komm, geh rennen. Alter. Wir haben einen wieder überistry für ein loughilser. Jetzt geht's.